Oh, Kratzen. Ist euch warm. Püppi im Miniaturkarton. Mäusi macht sich lang. Püppi in dem kleinsten Kratzen, die wir haben und bewegen sich seit Stunden nicht. Hasekind? Hasekind, ne? Hasekind, ist die auch zu warm? Oh, müder Kater. Was hast du hier? Hier wird gefaulenzt. Püppi da ihren Kopf auf die Linie gelegt. Hasekind, machst ein Bückelchen. Ja, da ist nicht so viel Dynamik drin hier.